Hallo liebe Moped-Freunde und Schrauber. Hier melde ich mich einmal etwas anders als gewohnt, um ein Thema anzusprechen, das nach meiner Meinung oft zu kurz kommt. Das Abstimmen und Einstellen. Hier liegt das Geheimnis von hohen Leistungen und guter Fahrbarkeit von Racebikes und auch viel Potenzial von Serienmotoren aus originalen Mopeds. Die erfahrenen Schrauber und alten Hasen unter euch werden in diesem Tutorial vermutlich nicht viel Neues hören. Ich habe bei dem Tutorial mehr an die Neueinsteiger in der Mopedszene gedacht. Es geht um die einfachen Dinge, die oft übersehen oder vergessen werden und doch Einfluss auf die Performance von deinem Bike haben. Dass zum Beispiel ein zu schwacher Luftdruck im Reifen die Höchstgeschwindigkeit und Fahreigenschaften verschlechtert, das leuchtet den meisten ein, aber wird trotzdem oft vernachlässigt. So einfach wie am Beispiel erwähnt, ist es natürlich nicht, am ganzen Moped Leistung zu finden. Wenn man am Moped alle Leistungskiller konsequent minimiert, kann man am Ende ein deutlich besser performendes Bike fahren. Und man muss sich einfach mal vor Augen führen, dass so ein Moped nur ein paar PS Leistung hat und es keinen guten Grund gibt, einen zu verschenken. Okay, fangen wir an. Und zwar beim Zusammenbau des Motors. Alles, was nicht exakt rund läuft und zu viel Spiel hat, macht Bewegungen auch dorthin, wo es nichts bringt. Eingelaufene Kugellager wellen die Kurbelwelle. Jede Bewegung, die man als Vibration wahrnehmen kann, ist verlorene Leistung. Deshalb beim Zusammenbau sorgfältig vorgehen und alle Teile nachmessen und auf einwandfreien Zustand prüfen. Getriebewellen im Motor sollten genau so viel Spiel haben, dass sie leicht laufen. Mehr nicht. Die Zahnräder dürfen keine Einlaufspuren oder Beschädigungen zeigen. Dann haben wir ja an jeder Welle, die abgedichtet werden muss, die Dauerbremse, den Wellendichtring. Der Unterschied der Leichtgängigkeit einer Welle mit verbautem Wellendichtring oder ohne ist erstaunlich. Weglassen des Wellendichtrings ist natürlich keine Option. Es gibt aber dennoch die Möglichkeit, die Schwergängigkeit der Wellendichtringe zu verbessern. Es gibt zum Beispiel Wellendichtringe, die Teflonbeschichtet sind oder man behaftet die Dichtlippen dünn mit Dichtringfett. Beim Getriebeöl kann man mit einem dünneren Öl experimentieren, welches einen leichteren Lauf ermöglicht. Jetzt gehen wir raus aus dem Motor und Getriebe in den Sekundärantrieb. Die Kette oder Riemen, Ritzel und Scheiben sollten stets neuwertig sein und die richtige Einstellung haben. Das ist eine Position am Bike, wo man regelmäßige Wartungen durchführen muss. Das betrifft den Kettenantrieb mehr als den Riemenantrieb. Eine abgenudelte Kette mit einem Ritzel, das Haifischzähne hat, kostet richtig Leistung. Als nächstes möchte ich die Räder ansprechen. Die Radlager müssen spielfrei und leichtgängig sein. Kann man ja leicht prüfen, indem man am Rad außen axial hin und her drückt und das Rad dreht. Wenn sich das Rad, nachdem man es andreht, minutenlang hin und her dreht, ist alles top. Wenn nicht, ist eventuell die Bremse zu stark eingestellt, bei Trommelbremse. Oder die Bremskolben sind schwergängig, bei der Scheibenbremse. Auch die Radlager können falsch eingestellt sein. Zu stramm. Nach den Rädern komme ich zum Fahrwerk und da spreche ich die Federbeine und die Gabel an. Oft sind bei den Federelementen die Dämpfungseigenschaften nicht mehr vorhanden. Und wenn man zum Beispiel mit dem Moped über einen Hubbel fährt, federt das Moped noch mehrmals ein und aus wie ein Gummiball. Das sollte man auf jeden Fall beheben und neue Federelemente einbauen. Ein sicheres Fahrverhalten ist genauso wichtig wie gute Bremsen. Kommen wir zur nächsten Dauerbremse. Viele Mopeds haben einen Akku oder eine Batterie. Diese muss geladen werden, damit die Stromverbraucher funktionieren. Die Lichtmaschine am Motor dreht sich schwerer, wenn alle Stromverbraucher eingeschaltet sind. Typischerweise bei einer Nachtfahrt mit Licht. Sind Akku oder Batterie alt oder defekt und kann kaum noch Strom speichern, muss diese dauernd geladen werden, was wieder Leistung kostet und das auch, wenn keine Stromverbraucher eingeschaltet sind. Die nächste Baugruppe, die ich ansprechen möchte, ist für die Gemischaufbereitung zuständig. Vergaser und Luftfilter. Wenn man ein gebrauchtes Moped kauft, erstmal prüfen, ob der richtige Vergaser verbaut ist. Siehe Fahrzeugpapiere. Es kommt schon mal vor, dass in der Historie vom Moped mal ein anderer Vergaser verbaut wurde. Äußerlich sehen die Vergaser oft gleich aus, sind jedoch im Inneren oft unterschiedlich. Der Vergaser hat sehr genaue Bohrungen sowie eine empfindliche Mechanik, die nicht beschädigt sein darf. Die Reinigung des Vergasergehäuses sowie die beweglichen Teile und Düsen macht man am besten mit Ultraschall, um Verharzungen zu lösen. Ausgeschlagene Schieber, Nadeln und Nadeldüsen austauschen gegen neue. Nur ein Vergaser, der genau funktioniert, kann ein Luft-Benzin-Gemisch liefern, das stimmt. Dann hängt der Motor so am Gas, wie es sein sollte. Die vom Motor angesaugte Luft muss durch den Luftfilter. Hier muss man penibel darauf achten, dass der Luftfilter sauber ist. Denn ein verunreinigter Luftfilter erhöht den Strömungswiderstand und das Benzin-Luft-Gemisch überfettet, was Leistung kostet. Auch ein Luftfilter, der augenscheinlich noch recht sauber aussieht, kann durch sein Alter in den Poren verklebt sein. Am besten bei einer Instandsetzung oder Inspektion gegen einen neuen Originalfilter tauschen. Bei der nächsten Baugruppe, der Auspuffanlage, die bei den meisten Mopeds aus zwei Teilen besteht, dem Krümmer und dem Schalldämpfer, muss man darauf achten, dass die Bauteile nicht zu sehr mit Ölkohle zugesetzt sind. Sollte dies der Fall sein, entfernt man diese am besten mit einer Heißluftpistole. Die Auspuffanlage hat einen großen Einfluss auf die Motorleistung und Kraft beim Beschleunigen vom Moped. Von zusätzlichen Löchern oder vorhandene zu vergrößern, rate ich ab. Die Abgasanlagen sind genau berechnet und wenn man da ein Loch vergrößert, tauscht man in der Regel Kraft gegen Lärm. Was man allerdings testen kann, ist den Schalldämpfer ein oder zwei Zentimeter weiter auf den Krümmer zu schieben. Dann kann man in Probefahrten schauen, ob sich die Motorkarakteristik positiv verändert. Die am stärksten beanspruchten Bauteile des Motors sind der Kolben und Zylinder. Eine gute Kompression ist für eine optimale Leistung des Motors Voraussetzung. Wenn man ein Moped gebraucht kauft oder das Moped nach 30 Jahren immer noch mit dem Originalmotor fährt, sollte man sich die Mühe machen, den Zylinder und Kolben etwas näher zu betrachten. Es lohnt sich in den meisten Fällen. Die Zylinderlaufbahn muss man überprüfen auf Riefen und Beschädigungen. Ist die Laufbahn in Ordnung, kann man die Kolbenringe vom Kolben abnehmen und in den Zylinder stecken und das Stoßspiel prüfen. Ist die Verschleißgrenze erreicht, kann man durch Erneuern der Kolbenringe wieder volle Kompression erlangen. Hat der Zylinder jedoch Riefen oder starke Laufspuren kommt man um eine Instandsetzung oder den Tausch des Zylinders und Kolben nicht herum. Die letzte Baugruppe am Motor, auf die ich eingehen möchte, ist die Zündanlage. Hier kann man kontrollieren, wie die Zündkerze aussieht. Rehbraun sollte sie sein. Dann fühlt sich der Motor wohl und der Wärmewert der Zündkerze stimmt. Man kann noch an dem Elektrodenabstand der Zündkerze, der in der Regel 0,5 mm hat, minimal experimentieren und diesen einmal mit 0,4 mm oder 0,6 mm einstellen, um dann bei einer Probefahrt das beste Fahrverhalten herauszufinden. Der Zündzeitpunkt sollte genau so eingestellt werden, wie der Hersteller es vorgibt. Hier hat man jedoch auch die Möglichkeit, innerhalb der Toleranzwerte ein bisschen mehr oder weniger Vorzündung einzustellen. Das kann man dann wieder bei Probefahrten herausfinden, welche Einstellung sich positiv auf die Fahreigenschaften auswirkt. Wenn man all diese Punkte beachtet, hat man ein Moped, das Spaß macht. Und das ist ja das Wichtigste. Eine Sache noch. Und zwar, wer sein Moped deutlich schneller tunen möchte, sollte eine Regel genau einhalten. Immer nur eine Sache verändern und diese genau dokumentieren. Das ist wie bei dem Würfel von Rubik. Ein paar Veränderungen gemacht und du weißt nicht mehr, was zwei Schritte vorher war. So, das war's. Viel Spaß beim Schrauben und allzeit gute Fahrt wünscht euch Oliver Hoppe. Ach ja, und die freundliche Stimme für dieses Video habe ich mir bei Juma Media geliehen. Das war's. Viel Spaß beim Schrauben. Ich muss euch das Video hatten, weil ich es Leaving... Vielen Dank.